Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Hermanias, Tanja und Hermann. Wir befinden uns heute auf dem Weg nach Schillingsfürst. In Schillingsfürst gibt es das Bullcafé, das wir ganz gerne besuchen. Also eine schöne Strecke hier ab Langenzelt Wilhelmsdorf. Und auch einen Rückweg fahren wir südlich von Ansbach über Herr Rieden zurück. Was mache ich heute bei dem Video? Ich will euch nicht nur die Strecke zeigen, beziehungsweise jetzt den Anfang der Strecke. Ich würde euch heute gerne was über meine Ducati erzählen. Hintergrund ist, ich habe die Ducati jetzt ein Dreivierteljahr, im August wären es zwei Jahre, dass ich die habe. Und ich hoffe, man kann es sehen am Display. Ich habe die 20.000 Kilometer überschritten. Also ich bin mit dem Motorrad jetzt 20.000 Kilometer unterwegs gewesen und würde gerne dazu ein bisschen was erzählen, wie es mir mit dem Motorrad ergangen ist. Und das Ganze mache ich nach dem Intro. Ja, hallo zurück. Vor mir seht ihr die Tanja fahren. Überall Burschengruppen unterwegs sind am Fahrtertag. Wir haben also heute Fahrtertag. Ich möchte ein bisschen was erzählen über meine Ducati. Ich habe es ja schon vorher in der Einführung gesagt. Wir sind jetzt fast zwei Jahre zusammen. Oder über 20.000 Kilometer. Ich habe jetzt umgeschalten auf das Navigationssystem. Ich bin es einfach auch vom Auto her gewohnt, dass ich die Navigation immer laufen lasse. Da sind wir auch schon beim ersten Thema. Es hat anfangs ein bisschen gedauert und ein Softwareupdate benötigt, bis das mit dem Ducati Connect funktioniert hat. Also mittlerweile funktioniert es einwandfrei. Jetzt seht ihr gerade, ich habe das Ducati Display und zwei Handys doch oben drauf mit angeschraubt. Das obere Handy, mit dem lasse ich Kalimoto laufen. Das ist bei mir die bevorzugte Navigationssoftware. Weil das Sujic unten das umständlicher ist, Routen zu planen für Motorradfahrer. Das ist ganz gut, wenn man von Punkt A nach Punkt B fahren will. Ähnlich wie ein Autonavigationssystem. Aber man kann es nur mit Sujic, was die Software davon ist, am Computer, Routen planen. Aber die Übernahme funktioniert da nicht immer. Da sind plötzlich dann leicht veränderte Routen drin und Strecken, die ich nicht fahren wollte. Und die, die ich fahren wollte, sind nicht mehr drauf. Deswegen nutze ich nach wie vor Kalimoto. Und das untere Handy, das ist das Handy, das jetzt mit der Ducati verbunden ist. Das liegt daran, Ducati möchte exklusiv Zugriff aufs Handy haben. Also wenn ihr das Handy laufen habt, mit der Ducati Connect App, könnt ihr nicht nebenbei beispielsweise Spotify laufen lassen. Es ist aber so, ich höre ganz gerne beim Motorradfahren auch ein bisschen Musik. Das funktioniert. Man muss dann bloß auf Musik zugreifen, die auf dem Handy gespeichert ist. Und das geht folgendermaßen. Man kann es entweder ohne die Navi-Steuerung, ohne Ducati Connect mit Musik bedienen. Oder man geht hier einfach auf die Musik. Und kann hier auswählen, was man hören will. Also ihr seht jetzt gerade, ich habe jetzt Pause gemacht, weil ich das Video aufnehme. Aber Orange to Jones, The Rain wäre jetzt der Song, der laufen würde. Und mit dem Joystick hier unten kann man das Ganze steuern. Auch unterm Fahren kein Problem. Ja, wie gesagt, am Anfang hat es ein bisschen gedauert, bis es gelaufen ist. Mittlerweile läuft es zuverlässig und ich bin damit sehr zufrieden. Auch die Musiksteuerung funktioniert. Telefonieren geht genauso, wie ich vorhin durchgeblendet habe. Man kann hier das Telefonbuch durchschauen, nach Buchstaben suchen und dann dementsprechend denjenigen wählen. Und das klappt. Was noch wichtig ist, weil es geht ja, ich habe das Sena S50R. Man muss den Kopfhörer am besten nochmal separat mit der Ducati verbinden. Also es geht dann über Bluetooth und Koppeln und Koppeln von Geräten. Und es ist jetzt praktisch mein gewöhnliches Handy, mit dem es mit der Ducati gekoppelt und der Kopfhörer. Das ist wichtig, damit alles funktioniert. Damit das Telefonieren funktioniert, das Musik hören. Beziehungsweise, wenn man es auch eingestellt hat, die Sprache der Navigation. Also das soweit kurz zum Display, zur Ducati Connect App. Servus. Das läuft. Das läuft echt gut. Ja, aber das ist ja nicht der Hauptspaß beim Motorradfahren, sondern wie fährt sich die Maschine. Die technischen Daten brauche ich nicht erklären. Die gibt es in Google zum Nachlesen oder es gibt auch andere Videos, die explizit auf die technischen Daten eingehen. Das ist die Nachfolgerin der 1260er Ducati Multistrada. Jetzt mit Vierzylindern und ohne Desmotronik. 170 PS. Alles schön und gut. Ich kam von einem Vierzylinder, ich kam von der Versys 1000 und ich wollte einfach ein Motorrad mit noch ein bisschen mehr PS. Ursprünglich habe ich mir angeguckt, die GS, die mit Punch von unten rauskommt, die mir aber optisch nicht gefallen hat. Und ja, jeder fährt die GS. Das liegt daran, weil es auch ein tolles Motorrad ist, aber ich wollte halt was anderes. Ich habe mir die 1290er Adventure von KTM angeguckt, aber da merkt man wirklich den Zweizylinder. Das hat mir nicht so getaugt. Und dann kam eben die Multistrada V4S auf den Markt. Und da habe ich die Probefahrt gemacht und nach der Probefahrt war es um mich geschehen. Dann habe ich mich eigentlich für das Motorrad entschieden, bin dann noch einen Monat schwanger gegangen. Dann habe ich mit Tanja gesprochen, soll ich das Geld ausgeben? Und sie sagte, du willst doch eh so eine Maschine. Also habe ich mir die zugelegt. Die Probefahrt war schon klasse und ich wusste, das ist jetzt mein Motorrad. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ja, ich wollte umsteigen von der Versys auf eine größere Maschine. Ausschlaggebung war ein Ereignis am Großglockner. Die haben ja damals noch die Ninja 1000 SX gehabt mit 141 PS und ich hatte die Versys. Und sie hat weniger Gewicht. Die hat mich also immer im Abzug geschnupft und dann habe ich gesagt, ich möchte mehr PS haben. Spinnerei, vielleicht gar nicht nötig, aber ich wollte es einfach haben. Ja, und was ist jetzt mein Resümee? Mein Resümee ist, ich bin mit dem Motorrad auf der Autobahn gefahren. Und auf der Autobahn kann man mit der auch wirklich schnell fahren. Wir sind schon 230 kmh gefahren, die geht auch noch schneller und das ist kein Problem mit dem Motorrad. Ob man das mal machen muss, weiß ich nicht. Aber es macht Spaß, mal den Hahn aufzudrehen. Vielleicht gibt es jetzt auch welche, die sagen, ja, muss das sein und das Risiko. Und wenn man da stürzt, ja, habe ich früher auch gedacht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ist die Verlockung groß, das mal auszuprobieren. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es ausprobiert und ich werde es auch in Zukunft wieder mal ausprobieren. Ist unvernünftig, aber das macht mit dem Motorrad eben auch Spaß. Das andere Extrem, wir waren mit dem Motorrad auch schon, ich war mit dem Motorrad unterwegs, dann ja, hatte da noch die Ninja im Vergleich zu der Autobahn, das Stülpster Joch befahren. Also das Stülpster Joch, ganz was anderes mit seinen über 40 Kernen, enge Kernen, viel Verkehr. Und das Verrückte ist, mit dem Motorrad kann man auch die engen Kernen gut fahren. Es lässt sich extrem gut handeln und ich bin jetzt nicht der Meister Motorradfahrer, möchte ich mir nicht zumuten, das zu behaupten. Ich kann das Motorrad mit Sicherheit nicht an seine Leistungsgrenzen bringen, bei weitem nicht. Aber das Stülpster Joch mit einer Maschine, die nahezu 250 Kilo hat, zu fahren, ist kein Problem. Geht wunderbar. Und zwischen diesen beiden extremen Autobahnfahren und die zahlreichen Kehren des Stülpster Jochs kann man das Motorrad überall mit sehr viel Spaß bewegen. Auch mal rausbeschleunigen, jetzt nicht auf 230, aber auf der Landstraße, wenn man mal hochschaltet von 5, was heißt hochschaltet, man fährt im dritten Gang 50 und beschleunigt dann hoch. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht in einen Bereich reingeht, wo der Führerschein stark gefährdet ist. Also das Ding macht einfach Spaß. Von daher, ja, was soll ich sagen, manchmal denke ich mir ein Zweitmotorrad mit einem Gewicht unter 200 Kilo, wäre ganz witzig, mit dem kann man mal ein, zwei Stunden fahren. Aber was die Ducati eben bietet, ist, du kannst mit dem Motorrad kurze Strecken fahren, kurze, enge Kurven, Spaß haben. Und du kannst genauso Langstrecken fahren. Also letztes Jahr die Anreise nach Meran, das waren, weil wir noch den Schwag abgeholt haben, 500 Kilometer am Stück, mit Pinkelpausen, Tankpausen und vielleicht noch was essen. Aber 500 Kilometer am Stück und wichtig ist, was sagt das Popometer dazu, kannst du da überhaupt so weit fahren? Und ja, das ist kein Problem. Zwischendurch stellt man sich mal auf das Motorrad und dann ist immer wieder gut. Aber das ist das Einzige, was ich sagen kann. Also von daher mein Resümee zwischen extremen Kurven und Autobahnfahren macht dieses Motorrad in allen Lagen Spaß. Kleine Fehler, verzeiht's, hat lauter technische Hilfe allein. Also Wheelie-Control und ABS und Kurven-ABS. Das ist natürlich ideal für Fahrer wie mich, die jetzt nicht die extremen Experten sind, was das Motorradfahren anbetrifft, dass die mit an Bord sind. Ich glaube, das ist auch immer wichtiger, das Motorradfahren noch sicherer zu machen. Es gibt natürlich auch die Meinung zu sagen, der Spaß am Motorradfahren geht verloren, wenn alles die Elektronik übernimmt und man selber nicht mehr auf dem Motorrad arbeiten muss. Auch diese Meinung kann ich akzeptieren. Aber für mich als Spätwiedereinsteiger, also mit 53 Jahren wieder angefangen, Motorrad zu fahren, ist es ganz gut, wenn ich diese ganzen technischen Helferlein habe. Und jetzt zum Image-Preis. Ja, was kann ich zum Preis sagen? Die Ducati ist ein teures Motorrad, ist in einer Preisklasse ähnlich wie BMW, GS, KTM, Super Duke. Ja, alles was sie so gibt, die neue Triumph. Ja, und was macht Hanja jetzt? Sie macht jetzt eine Unterbrechung. Okay, dann melde ich mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also es war ein kurzer Boxenstopp, weil meine bessere Hälfte mal ins Gebüsch musste. Okay. Jetzt muss ich meine Gedanken wieder sammeln. Also wir waren bei den Kosten. Ja, was kann ich sagen? Der Preis hatte ich ja schon angefangen. Der Preis ist ähnlich wie bei GS, KTM, Triumph. Diese Maschinen kosten einfach ein bisschen Geld, haben aber auch einen Haufen Technik mit drin. Ja, wiederverkaufswert. Ich habe mal spaßeshalber geguckt, was Motorräder mit der Kilometerleistung, mit dem Baujahrkosten wie meine. Da bin ich, was ich da gesehen habe, knapp unter dem Preis, den ich bezahlt habe. Also der Werterhalt ist recht gut. Und zu den Inspektionskosten. Jetzt bin ich leider gerade unterwegs. Gefühlt habe ich gemeint, der Preis war okay. Ich hatte ja die Tausender-Inspektion und die 15.000er. Kann ich aber zu Hause nochmal nachgucken und werde ich dann einbauen in dieses Video. Inspektion, wie gesagt, interessant für Vielfahrer. Der Inspektionszyklus ist alle 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr. Wir schaffen so 11.000 bis 12.000 Kilometer. Das heißt, für uns gilt der Inspektionszeitraum einmal im Jahr zur Inspektion. Dieses Jahr wird es wieder vor unserer großen Reise im August sein. Ich werde die Ducati im Juli zur Inspektion bringen. Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Mit dem Software-Update kam auch die Möglichkeit, das Motorrad abzusenken, wenn man beispielsweise im Stadtgebiet ist. Ich habe die Sitzbank in der höheren Stellung. Man kann die Sitzbank also auf einer niedrigeren und auf einer höheren Stellung festmachen. Und ich bevorzuge die höhere Stellung, weil ich dann unterm Fahren einen geringeren Kniewinkel habe. Wenn wir dann stehen, an einer Ampel beispielsweise oder an einer Kreuzung, wo wir Vorfahrt gewähren müssen, dann komme ich mit beiden Füßen platt auf den Boden. Aber ja, der Schrittbogen, der zwickt ein bisschen dabei. Und dann gibt es die Möglichkeit, wenn man den Knopf tätigt für die Federung, dann geht die auf Minimum. Das heißt, das Motorrad senkt sich dann nochmal ab und dann habe ich einen extrem bequemen Stand. Ich bin 1,85 Meter groß und das ist dann wirklich total easy. Also Kräfte, die kleiner werden als ich, 1,75 Meter beispielsweise, wenn die die Sitzbank auf die niedrige Stufe stellen und diesen Knopf betätigen, dann kommen die auch sehr gut mit den Füßen auf den Boden runter. Weil das ist auch nochmal ein schöner Aspekt, der das Motorrad, das eine angenehme Nutzung zulässt. Ja, man sieht, Wetter passt heute, sind doch ein paar Motorradfahrer unterwegs. Okay. Was hat das Motorrad noch an Bord? Was man so immer wieder nutzen kann? In der Regel fahre ich immer Tanja hinterher. So wie heute auch. Ich lasse sie immer vorfahren. Und was dann auf langgezogenen Strecken oder wenn man ein Zwischenstück ist mit einer breiten Landstraße oder auch mit einem Frankenschnellweg beispielsweise, dann schalte ich den Tempomaten ein. Das ist ein adaptiver Tempomat. Sprich, ich stelle die Geschwindigkeit ein auf dem Frankenschnellweg bei Tempo 80 beispielsweise 90. Und er hält immer den Abstand gleich zur Tanja, also wie man es auch aus dem Auto kennt. Das funktioniert wunderbar. Und ich habe dann immer die rechte Hand frei und kann mit der irgendwas machen. Und wenn Tanja schneller wird, wird das Motorrad wieder schneller. Und wenn sie abbremsen muss, weil vor ihr irgendwas ist, dann bremst das Motorrad automatisch auch ab. Nicht abrupt, sondern ganz sanft. Das funktioniert ganz gut. Ist ganz angenehm. Wie gesagt, wenn man so Strecken hat, Teiletappen auf Autobahnen oder auf längeren Landstraßen, die sich sehr ziehen, dann kann man den adaptiven Tempomaten einschalten. Auch, wo ich anfangs sagte, braucht man das, braucht man das nicht. Und hier geht mit Sicherheit auch die Meinungen auseinander. Das ist ein bisschen sticke-schnackig, was ich nicht brauche am Motorrad. Das habe ich eben gelernt, gerade wenn ich in der Tanja herfahre. Das ist doch was, was ich jetzt in Zukunft nicht mehr missen möchte, weil es einfach angenehmer ist, gerade wenn man längere Strecken fährt, ein paar hundert Kilometer am Tag. Und man hat mal so eine Strecke zum Ausruhen, wo man den rechten Arm wegnehmen kann. Und man muss sich nicht darum kümmern, passt der Abstand oder nicht. Da hat sich das jetzt tatsächlich in der Vergangenheit gezeigt, dass das ein schönes Gimmick ist, was ich ganz gerne habe. Ja, jetzt ist mir wieder was eingefallen. Das liegt daran, heute, das merken wir uns zwar auf dem Video nicht, aber es geht trotzdem ganz schöner Wind. Und Wind ist das Stichwort Windschutz, Windschild und allgemeiner Schutz. Ja, kann ich nur sagen, hervorragend, hopp, das war eine Mücke. Der ist einfach ganz, ganz genial. Warum sage ich das? Den Wind von vorne, klar, merkt man ständig. Also ich bin, wie gesagt, 1,85 Meter groß, nicht der schmalste. Aber ich habe von vorne einen Top-Schutz. Und was ebenfalls gut ist, die Beine sind gut geschützt. Also durch die Form der Ducati sind die Beine schön integriert. Und man ist bei Wind. Und vorne schön geschützt. Und was noch wichtiger ist, wenn es regnet. Wir sind letztes Jahr von Kaprun aus nach Hause gefahren. Und ja, es hat nur geschüttet. Und wir sind dann deswegen über die Autobahn nach Hause gefahren, weil es hat dann keinen Bock gemacht, bei tiefstem Regen oder bei stärkstem Regen irgendwie noch über die Lande zu fahren. Und klar ist man ein bisschen nass geworden. Wir hatten dann auch den Schlumpfanzug, also unseren gelben Regenanzug an. Aber man ist relativ wenig richtig nass geworden. Also die Hände, okay, da kann man nichts machen. Aber Oberkörper, Beine, die waren eigentlich recht gut geschützt. Und von Kaprun aus bis Nürnberg kann man sich vorstellen, wie weit die Strecke ist. Und den Schlumpfanzug habe ich dann ausgezogen. Und da war so gut wie gar nichts nass, außer die Ellbogen. Da war es ein bisschen feucht. Und die Schultern bilde ich mir ein. Aber ansonsten der ganze Oberkörper, die Beine, die waren echt prima. Die sind mehr oder weniger trocken geblieben. Und hier als Resümee eben ein super Windschutz und Regenschutz, den das Motorrad hier bietet. Also auch da kann man nicht meckern. Okay, noch was, was mir eingefallen ist. Wir haben ja vorhin über die Fahrleistung gesprochen. Ja, mit der Leistung hat man mit diesem Motorrad in allen Lagen einfach nur Spaß. Ganz klar. Aber was dazu gehört, ist natürlich auch die Bremse. Und ja, die Hinterradbremse ist, wie bei den meisten Motorrädern, also nicht der große Burner. Damit bringt man Motorrad nicht richtig zum Stehen. Bei der Vorderradbremse, halleluja. Also die Vorderradbremse greift richtig bissig. Also da braucht man keine Sorgen haben. Und so wird es das Bremssystem insgesamt von der Ducati einfach hervorragend. Entsprechend zur Leistung auch. Wäre verrückt. Und da sind Brembo-Bremsen drauf. Einfach eine perfekte Mischung. Das passt so. Also auch da gibt es nichts. Tatsächlich nichts zu meckern. Jawohl. Jetzt ist mir wieder was eingefallen, was ich euch erzählen könnte. Das Motorrad hat natürlich einen Schaltautomaten zum Rauf- und Runterschalten. Ihr braucht keine Kupplung. Sprich beim Hochschalten Gas auf Last haben, Gas geben und hochschalten. Das mache ich ganz gerne, wenn ich mal rausbeschleunige. Also ohne Kupplung einfach Gas geben und hochschalten. Und das Ganze geht auch beim Runterschalten. Das heißt hier Gas wegnehmen und schalten. Das funktioniert alles einwandfrei. Also auch vom ersten im zweiten Gang. Wo es bei manchen Videos bei manchen Motorrädern heißt, man bleibt dann im Leerlauf hängen. Das stelle ich mir ein bisschen problematisch vor. Funktioniert hier also vom ersten im zweiten Gang. Dann klickt man hoch und bleibt nicht im Leerlauf hängen. Also das ist mir noch nie passiert. Und ja, beim Runterschalten, gerade wenn die Geschwindigkeit nicht so hoch ist, ja, dann klappt es schon ein bisschen. Macht wahrscheinlich nichts aus. Aber dann ziehe ich doch schon mal die Kupplung. Genauso beim Hochschalten. Wenn wir jetzt smoother fahren, Tanja vor mir und die Drehzahl ist nicht so hoch vom Motorrad. Dann ziehe ich schon auch noch mal die Kupplung. Aber wenn man richtig Gas gibt, dann braucht man tatsächlich keine Kupplung. Und wenn man aus der hohen Drehzahl runterschaltet, nur Gas wegnehmen und den Gang runterdrücken. Auch das funktioniert problemlos. Wenn die Drehzahl, wie gesagt, nicht so entsprechend ist, dann ziehe ich auch schon gerne mal die Kupplung. Einfach, weil es dann recht laut klackt. Und das mag ich nicht. Ich denke, das macht dem Getriebe nichts aus. Aber muss ja nicht unbedingt sein. Okay, das zum Quickshifter und zum Blibber, also zum Schaltautomaten. Auch da gibt es bei der Ducati Multistrada V4S nichts auszusetzen. Was mir gerade noch einfällt, ja, es ist die V4S Full. Bei der V4S Full ist der Akrapovic-Auspuff automatisch dabei gewesen. Sound. Ich habe natürlich immer meinen Helm auf. Also man nimmt den nicht immer so eins zu eins wahr. Wenn man vorbeifährt, die Leute gucken schon. Also ich nehme an, die ist schon zu hören. Wo man es aber trotz Helm richtig gut hört. Ich versuche das mal jetzt zu zeigen. Ich habe jetzt kein Mikrofon am Auspuff dran. Ab 5000 Touren fängt es an, so ein bisschen zu schreien. Das hört sich echt genial an. Also wenn man hier hochdreht, dann entwickelt sich ein Sound, der richtig viel Spaß macht, der sich richtig genial anhört. Die Ducati kann auch Musik spielen. Also es bringt einen genialen Sound raus. Kann man sich anhören. Macht Spaß. Aber eben ab einer gewissen Drehzahl erst. Also im unteren Drehzahlbereich merke ich jetzt nichts von Emotionen und von einem irren Gefühl. Aber so ab 5000, 6000, wenn man dann hochdreht, dann kann man richtig ein schönes Ohrengeräusch erleben. So, das war es jetzt wieder. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal. Ja, was mir jetzt doch eingefallen ist, das ist mir aufgefallen, vorhin, als ich in einem Auto hergefahren bin. Mir gefällt es, ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns Sache, man hat hier eine hohe Sitzposition. Dadurch ist man immer in der Lage, über das Fahrzeug vor sich hinweg zu sehen. Außer man hat natürlich einen Kastenwagen oder einen LKW vor sich. Logisch nicht. Aber beim PKW ist man in der Regel immer in der Lage, drüber wegzugucken und hat den Verkehr weiter vor sich im Auge. Und kann abschätzen, wie die Verkehrssituation ist. Mir gefällt es ganz gut. Aber es gibt mit Sicherheit auch andere Leute, die sagen, nee, sowas kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Das ist nicht die Art Motorrad, die ich mag. Die mögen vielleicht Motorräder, die enger oder niedriger auf der Straße sind. Das ist die Ducati Multistrada definitiv nicht. Und damit auch, ja, vielleicht geht es. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es auch nicht vor. Es ist kein Motorrad für Knieschleifer. Also wenn man jetzt sagt, man möchte mit dem Knie so nah wie möglich am Asphalt, am besten am Entlangschleifen, da sind wir nicht. Ich glaube, das ist das Motorrad auch nicht, was dafür gemacht ist. Da wäre vielleicht von Ducati eher die Panigale oder die Streetfighter angeboten. Die sind niedriger, mit denen kann man die Kurven bestimmt so fahren, dass man auch auf den Knien schleift. Es gibt aber auch andere Motorräder, die S1000RR von BMW oder die H2SX von Kawasaki und MT10 Yamaha oder was weiß ich. Das sind bestimmt Motorräder, mit denen man die Kurven noch enger nehmen kann, noch tiefer nehmen kann. Aber das ist eben nicht das, was ich möchte. Und von daher ist die Ducati ideal für mich, weil ich hier eben die erhöhte Sitzposition habe. Ist auch für längere Fahrten viel angenehmer. Und ja, diese Vorschau, die ist echt gut. Ja, und wenn ich eben davon gesprochen habe, dass ich über die Autos vor mir wegsehen kann, was für mich natürlich auch wichtig ist, kann natürlich ein Stück Bequemlichkeit sein, vielleicht liegt es auch am Alter. Ich habe hier eine extrem aufrechte Sitzposition. Also ich bin überhaupt nicht nach vorne geneigt. Ich habe die Arme locker am Lenker, leicht durchgebeugt. Einfach wunderbar für mich zu fahren. Nicht anstrengend. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, glaube ich, 500 Kilometer am Stück mit halt den Tankpausen oder Pinkelpausen. Das ist absolut gar kein Problem. Wie gesagt, dazu trägt eben auch die aufrechte Sitzposition bei. Vorhin hatte ich ja schon beschrieben, den adaptiven Tempomaten. Das funktioniert mit Radar und das Motorrad hat vorne und hinten Radar. Was ganz nett ist, gerade auf der Autobahn, auf der Landstraße weniger. Es hat einen Totwinkelassistenten in den Spiegeln. Auf der Innenseite sind zwei Aussparungen, da sind gelbe Leuchten drin. Wenn ein Fahrzeug bei einem im toten Winkel ist, dann leuchtet hier die gelbe Leuchte und man erkennt, aha, da ist ein Fahrzeug. Also, das ist ein ganz nettes, nützliches Gimmick, was ich auch ganz gerne nutze. So, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss dieses heutigen Ausfluges und damit auch für mich zu meinem Schlusswort zu der Ducati Multistrada V4S, die ich eben seit im August zwei Jahren, im August wären es zwei Jahre, fahre und auf der ich jetzt schon über 20.000 Kilometer drauf gefahren habe. Ich kann für mich sagen, ich habe für mich das passende Bike gefunden. Ich komme mit dem Bike total gut zurecht. Wie am Anfang erwähnt, zwischen Autobahn, schneller Fahrt und engen Kurven wie am Stilfsaerjoch. Ich kann mit dem Motorrad alles fahren und jede Situation macht tierischen Spaß. Das einzig Negative, wenn man es so bewerten möchte, ist der Spritverbrauch. Und der Spritverbrauch, habe ich ja auch genug dazu gesagt, dass der einfach beim Motorrad eh unvernünftig ist, weil es nicht sinnig ist, mit dem Motorrad die ganze Zeit durch die Gegend zu ballern. Aber es macht da einfach tierischen Spaß und von daher stört mich der Spritverbrauch der Ducati nicht. Ich hoffe, es waren interessante Punkte für euch dabei. Es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, betätigt die Glocke, damit informiert werdet, wenn wir wieder was Neues schicken. Oder am besten abonniert unseren Kanal. Und wir bleiben bis dahin die Hermannias. Tanja und Hermann. Bis bald. Also Leute, jetzt muss ich euch schon mal fragen, jetzt abgesehen von den Mückentreffern, die da drauf sind, die haben wir noch nicht sauber gemacht. Aber ist das nicht eine Schönheit? Schaut euch das mal von vorne an. Also doch wirklich ein wunderschönes Gesicht. Ich finde sie einfach toll. Der schöne Akrapovic-Ausbruch noch dazu. Wunderbar. Also ich finde wirklich ein geniales Motorrad. Gefällt mir gut. Ich denke, ich habe für mich die richtige Entscheidung getroffen.